Zweiter Akte, Draenor, die Rote Welt. ...firm what Khadgar has gleaned from the Battle of Nethergar. He is convinced that the Horde is attempting to learn how the great sorcerer opened the rift between our world and that of the Horde. Known in the Book of Medivh only as Draenor. With countless domains to plunder, the Horde will become an unstoppable power. The High Command believes that our only recourse is to venture through the portal. And to reclaim the Book of Medivh and to ensure that the Horde can never again threaten Azeroth. Okay, und das heißt wir uns Schloss zum Schutz des Portals errichten und alle Gegner vernichten. So. Äh, machen wir mal gerade ein Tempo bisschen runter, wenn wir schon direkt angegriffen werden. Schicken wir die Ecke an den Händen. Katapult schießt mal. Bäm. So. Da unten sehen wir ein Haupthaus. Wir behaupten, genau das holen wir uns. Das heißt nichts anderes als die volle Kamera runter mit euch. So. Abwärts. Oh, sie ist nicht so blöd, ey. Nichts wie weg. Was soll das für den Führer? Was soll das für den Führer? Alle ihre Länge, oh Gott, Ebenen. Ist das so schwer. Die Steuerung von Rockhoff 2 geht mir echt absolut nicht mehr ab. Sofort! 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 Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Gut, die zwei Einheiten verlieren wir. Ja, Milo! So, mein Mutter. Ihr beiden. Nehmen wir öfter mal da das Ding kaputt. Ihr Befehl? Ja, Milo! Wie sie wünscht? Kruppe 1. Was soll das? Mein Herrscher! Ihr Befehl? Ja, ja? Sie wünscht? Sie wünscht? Zwei. Ihr Befehl? Was soll das? Gruppe 3, Gruppe 4, 1, 2, Angriff, und alles andere Mutter ziehen. Sie greifen uns an! So. Das ist da gerade alles platt. Übernehmen die Basis. Ja, Milo! Ja, Milo! Ja, Milo! Komplett nach oben, bitte. Ja, da kommen wir heute. Da tut er dann, oder? So, da ist die Wiener. Okay, da war überall das seltsame Todeskelette. Ja! Ist das einer nicht so hart? Ja! 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 Okay, da war mal ein Gegner. Mit, äh, Drachen... Topf. Ja! 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 Die Wiener. Das ist dein Typen des Typen. Ehe! Ja! Ja! Wir tieren im Typen! Alles klar! Alles klar! Die Wiener. Ja! 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 Das hier! Ja! Das hier! Ja! Ja! Ja, und wir bringen dann mal generell alle Einheiten so ein bisschen näher. So, dann also noch mal so ein Türchen. Jetzt haben wir mit den beiden auch grad noch weg. Dann haben wir halt da noch mal Türme. Vergegen einem grünen. Vergelden, gelden. Okay, dann gehen wir da rüber. Wir reduzieren ganz schnell die Einheiten. So, da ist auch nichts. Doch, da ist noch ein bisschen ein Tür. So, dann, bitte. Bei Kräfte hin. Alles klar? Wir haben ihn los. Und wir brauchen auch noch... Ne, wir brauchen noch ein Sägewerk. Wir kommen direkt an mit Produktion. Was ist denn? Was ist denn? So, dann kommt das nächste. Der ist eh gleich kaputt. Okay, aber... Ah, da war noch ein Gekker. Mit den roten. Das heißt, wir werden links und rechts. Die Gekker sitzen. Warum? Was soll das? So, wir brauchen Holz. Erledigt. Was soll das? Dürfte gleich mal helfen. Wir sind da draußen. Und wir haben das Angriffs-Update. Und dann sagen wir mal bitte ganz, ganz, ganz schnell genügend Sachen. Und die beiden Katapulte können mal da unten noch die Zeigeröfteblatt machen. Das ist die Reise ausgelöscht. Was willst du? Stets zu Diensten. Ja, mein Lord. Und... Wir investieren so ein bisschen Stress rein. Sofort in den Händen. Was ja vollständig, der Umständen hat. Ist das hier? Ja, das ist hier. Ja, das ist hier. Ja, das ist hier. Ja, ja, ja. Aber noch ein Gehund. Sofort in den Händen. Ja, ja, ja. Ja, 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 milord. Wollt ihr euch vielleicht auch nicht so freistellen? Ja, milord, ja. So, dass alle mitkämpfen. Da ist noch einer. So. Hier sind ja die nächsten Händen. So. Jetzt machen wir mal ein bisschen Gold. Sofort, wie sie wünschen. So. Dann nach oben mit denen. Allerdings. Die Lord. Dann das nächste Gehöft. Dann können wir endlich Pian Produktion beginnen. Ihre Order. Irgendwie wird man von rechts her nicht attackiert. Hier geht wahrscheinlich auch hauptsächlich auf Drachen. Nein. Ihr werdet zu sehen. Mein Herrscher. Mein Herrscher. Jetzt werden wir uns deutlich abholen. Bei uns. Dann machen wir jetzt auch direkt mal. Sparen wir uns für Gold. Alles klar. Alles klar. Machen wir uns. Und kommen weiter ab. Und so. 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 Ich. Ich hab mir die Einheiten weggezeigt. Ich hab mir die Einheiten weggezeigt. So. dafür war der Demolierer ja ganz mal so verkehrt zu densten ja ordentlich viele brauchen für Gold ja schon wieder ja scheiß gar der Brüder hat auf anzugreifen was soll ich tun was soll ich tun Arbeit ausgeführt ich möchte aber auch mal gleich noch die Verbesserung warum auch nicht zu diensten eure Heim zu befehlen bei nötig bei nötig bei nötig als ich ganz bei nötig 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 Ich bin gleich fertig. Was ist als erstes jetzt? Stelle. Arbeit ausgeführt. Muss ich den Kratzer zurückziehen? Oh, okay. Alles klar. Oh. Ja, toll. Ja, das ist doch nicht das Schicksal. Mein Herrscher. Ja, kommt so an. Drachen. So, verpassen wir da rein. Und zwar ein Traumschützer. Ja. Oh, blödig. Mein Herrscher. Die Alliaten. Das kann ich tun. Das kann ich tun. Eure Wohlheit. Nichts wie weg. Nichts wie weg. Ja. Eure Wohlheit. Also Wetter werden jetzt nicht glas auslasst. Milord. Auch hier. Arbeit ausgeführt. Alles klar. Dann setzt jemand da Wachtürme hin. Neun Papiers. Zwei Wohlheit. Arbeit ausgeführt. Arbeit ausgeführt. Zwei Wohlheit ausgeführt. Zwei Wohlheit ausgeführt da. Ein Lidl. Was soll das? Der Wohlheit ausgeführt. Der Wohlheit ausgeführt. Hier nochmal ein Wohlheit ausgeführt. Und da noch einer hin. Sollten wir gegen. Wachen geschützt sein. Der Wohlheit ausgeführt. Ich bin der Wohlheit ausgeführt. Hier haben wir uns schein. Ja, wir haben ihn doch. Ja, wir haben ihn doch nicht. 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 Türen sind top, aber naja, das ist doch besser was, kommt mal Holz, damit ich weitermachen kann. So, fahr mal aus dem Schloss. Dann wieder Kram aushälten. Gut gemacht. So. Da da so viele kommen, bauscht dann noch einen hier rein. Ja, wir sind also Produktion jetzt mal auf. Arbeit ausgeführt. Erledigt. Wie los? So, brauchen wir uns noch genügend für den Gold abbauen. Die Sache. Wollen wir noch eine Kirsche? Okay. Knichte. Knichte, knichte, knichte. Oh, das war alles klar. Dann überred auch mal den Knitsch ein. Dann mal drei Wachtürme, die sollten gegen die Drachen reichen. Blöd jetzt nur, wenn da unten ein Drachen kommt. Mal ein Problem. Ja, alles klar. Und zwar, aber daran wollen wir nicht denken. Dann wollen wir auf das andere Update. Mal ein oh, das ist alles klar. Mal ein oh, das ist alles klar. Mal ein oh, das war mal. Und deshalb jetzt endlich das Update mal rein. Jetzt bräuchte ich das Update. So. Heute wäre ich jetzt mehr als genug. Die schieben wir jetzt rüber. Was soll ich noch am oh, das ist alles klar? Warum auch nicht? Hallo! Da ist die Paladine. Und dann fangen wir jetzt mit die Paladin-Produktion an. Haben noch, denke ich, genügend. Und dann fangen wir jetzt an. Dann fangen wir jetzt an. Ja, für die Allianz. So, jetzt fangen wir jetzt an. Und dann fangen wir jetzt an. Was ist das? Was ist das? Wie greifst du die Stadt an? Helfen wir den Tür? Eure Nadel? Arbeit auf! Hallo, Mutter Wies. Was soll es nicht, eure Nadel? Eure Eminenz? Was soll das? So, können wir uns das jetzt mal angucken. Okay, es sind relativ wenige Türme im Weg. Oh, okay. Noch ein paar. Getrote, eure Nadel? Was soll das? In eurer Starricht? Arbeit aufgeschlagen. So. Da wird die Kraftvergessung für unsere normalen Anhege. Die Heilung ist gleich fertig. So, das ist einfach da. Ich glaube, wir brauchen eine Kraft für die Festung zu verteidigen. Ja. Oh, das ist eigentlich noch eine Hälfte. Also, wenn wir den Schaden der Ballister um klein wenig. So. Das ist Gruppe 1. Gruppe 1. Kann ich jetzt mal ausschalten. Das ist Gruppe 1. Ich glaube, wir brauchen ein paar Hälfte. Das ist Gruppe 1. Ich glaube, wir brauchen eine Kraft für die Schaden der Ballister. Das ist Gruppe 1. Das ist Gruppe 1. Was darf ich tun für den Kümmerler? Das soll alle eure Nadel? Das ist Gruppe 1. Arbeit aufgeschlagen. Was darf ihr? Warte, keine Ahnung. Was darf ihr? Die Lohnung? Mein Herrscher? Eure Branche? Was darf ich denn eure Tohne unter den Kriegernlern schaffen? So, da muss ich den Tohnes überlebt werden. Er hat's grad so geschafft, dann... Eure Ingenieurwohnenschützen, zwei Stück brauche ich noch. Das ist mein nächstes Gerst. Und wir gehen jetzt auf den Isra mit unserer Paladin-Armee. Und platzieren uns hier... ...und unsere Obenschützen-Armee. Und holen uns noch die beiden hier als dritte Armee. Die läuft nämlich jetzt davor. So. Was darf ich denn jetzt? Oh, das ist ein Wunder. Oh, das ist ein Wunder. Hoppen in die Nähe. So, das war's mir zu tun. Das war's mir zu ihm. Ja, das war's mir zu ihm. Und dann müsst ihr unbedingt was wollen. Okay. So. Und dann müsst ihr weiter. So, das wird jetzt ein bisschen knifflig. Was soll euch? Ihr wünscht, was soll ein Wunder wie? Da greift das an und da kommt's weg. So, hoch mit euch. Was soll euch? Mein Herrscher? Ja. Was soll euch? So. Was soll euch? Zubefehlen. Was soll euch? Und die Lüge an die Lüge an die Lüge an die Lüge an die Lüge? Was soll euch? Wenn ich euch auch so gehe. Wenn, was soll euch das machen? Dann. Haben wir da ja ein paar neue. Und dann. So. 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 zu befähigen, eure Ingenie und eure Ingenie und ich zubefehl, sie mögen die Allianz. Wie hast du gesagt? Eure Herrschaft, die Allianz, ich bitte um. Mein Herrschaft, ich führe die Allianz. Was soll ich da? Eure Herrschaft, die Allianz, ich bitte um. Mein Herrschaft, die Allianz, zu befähigen, mein Herrschaft, ich ziebe die Allianz. Ich muss jetzt noch was Thema rundherum machen. Ich komme da gerade gar nicht klar, Leute, sorry. So, aufgreif, reparieren. So, aufgreif, reparieren, mit euch. Schaut euch hin. Schaut euch, die Kaserne. So, allen gehen seitlich. Dann würde ich fast behaupten, müssen wir halt mal hingehen und ein paar Ballisten produzieren. Jetzt müssen wir zwei die Kaserne anbauen, aber sonst ist es da hier wieder. Deswegen ist es also immer mit denen die Fahrt ausgehen. So, was mit was Neues? Oh, okay, wir haben alles abgefahren. Wir haben alles abgefahren. Und ihr könnten, äh, downtown, sehr lieben Trends machen. Das ist der Blattmann. Auch das Blattmann. Ja, kommt schon. Sieben ist er. Dann kommt er rüber. Das schafft er alle zusammen. Schreibt ihn euch. die 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 da er im Moment und schnappt Halleluja, was die ja in den Parallels gekuckt haben, aber es funktioniert, das Ding da gehört definitiv uns, reparieren bitte, wir sind da weg, da kommt Flieger sein, das ist jetzt fein. So, Katapulte sind da, was da oben noch fertig ist, wieder anfangen die nächste Riener, schicken wir noch mal an den Riener, was darf ich heute essen, eine Ebel. Top Sache, die Mission ist mir immer wieder etwas simpler gestaltet, eindeutig. Was soll das? Was darf mir eine geben? Was soll das? Der war jetzt nicht heute. So, schauen wir uns mit dem mal gerade das System an. Ok, ok, ok. Das hat er verteidigt und wir gehen mal mit dem da runter. Da ist nämlich dieser eine schwarze runtergegangen und ich weiß nicht ob wir da noch einen schwarzen Gegner haben. Was soll das für der hin? Der sieht nicht aus mir jetzt... Na, ich finde den Kumpel nicht so im Haupthaus. So. Das dann muss man weg. Dann wollen wir hier noch ein bisschen weg. So, machen wir noch nicht alles klar. So, dann machen wir noch ein Ding und werden das Ding jetzt mal fertig. Und dann sind wir noch ein bisschen weg. Noch nach oben. Ich hab ja wohl da. Das Ding als Ziel auserkoren. Das hat etwas gelieb. Und fahren wir uns mal da um. Was darf ein Lohn und das heurige Kühne? Oh, verdammt! Da sind wir noch die Goldmähne. Kommt mal hier hoch. Wir brauchen einen Spurschützen für den da. Den Dämonen machen wir auch mal Platz. Da brauchen wir jetzt auch definitiv Elfen. Für den anderen da oben. Da sind wir die ganzen Leute nochmal. Das Geld haben wir ja jetzt. Wir bekommen ja sogar noch eine Mine da unten gleich geschenkt. Dann holen wir erstmal da hin. Zack. Zack. Und der Mann ist tot. Nicht für die Allianis. Dann schauen wir uns mit dem da komplett um. So. Ich war mal nicht hier noch. Ah, dann noch irgendwas. Ich weiß. Ja. Okay, rückzug. Ich frage mich allerdings, warum er mich einheitlich zur Hilfe gezogen hat. Ich war jaулиks lustig. Das war noch einiges. Jetzt sind wir scheinen. Arbeit auf. Arbeit auf. Arbeit auf. So. Und wir brettern mit dem mal nach oben. So, und zwar... Einfach mal hier hin. Da müssen wir eh gleich noch alles wegfauen. Dann passieren wir die doch auch einfach mal direkt dort. Sehen welche sind die Stiftung? Gibt die da? Nochmal schon ganz rein. Das sieht halt nur aus. In der Momentan dieser Einheiten geht immer mehr auf den Sack. Den kann man doch glaub ich aufstellen. Einheiten entsprechend. Okay. Interessiert schon nicht. Okay. Eure Majestät und eure Majestät in eurem Namen. So, bringen wir die da hin. Und... Schon unterwegs. Ja. Dann neue Elfen. Eure Hohe. Für die Allianz. Für die Allianz. Jetzt habe ich nicht genug. Ja. Nichts wie weg. Ja. Nichts wie weg. Nichts wie weg. Ja. Da unten ist keiner mehr. Für die Allianz. Hat da auch nichts zu befürchten. Dann bringen wir die grad auch alle nach oben. Ja. Was darf ich tun? Bogenschützen sind immer so schnell ausgebildet. So. Ihr kommt auch mit. Na ihr kommt mal. Ja. 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 Eure Eminenz. Au, 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 au! Okay. Jetzt habe ich nicht gewusst, dass da noch was ist. Für mich? Nein, das macht aber auch nichts. Für die Allianz! Für die Allianz! Ich wusste nicht, dass da auch noch was ist. Ich habe keine Ahnung, wo sie gerade kämpfen. Ah, da! Ach Gott! Da hat er noch mal ein Haupthaus hingeplagt. Ich glaube es ja nicht. Der Tibi ist hartnäckig. Eure Eminenz! Was sagen wir hier? So. Ihr wünscht nichts wie weg! Gut. Ah! Ihr wünscht nichts wie weg! Das war das denn gerade. Ich dachte, dass er komische Ruhnen hier geplagt hat. Wahrscheinlich. Mein Herrscher! So. Nochmal euer Ritter. Die fangen sich mal... Ach ne, brauchen sie gar net. Die dürfen sich auch schon hier oben hin platzieren. Oh Gott, die kleine Gruppe auch noch da rüber. Geh mit denen nach oben. Was soll das damit ich kündig? Ihr wünscht ja! Zu Befehl! Ihr wünscht... Ja! Halleluja! Für die Allianz! Für die Allianz! Für die Allianz! Ja! Nichts wie weg! Eure meine Sieger ist... So, dann holen wir halt den Ritter. Für die Tonniederweg. Ein paar Ritter. Für oben. Und wo wir wollen? Gehen wir jetzt nämlich hin und machen Lederkite. In eurem Namen! Ist mir euren Namen! So, Attacke! In eurem Namen! Ist mir eine Ehe in eurem Namen! Was soll das? Dein Bausher! Für dich als wie weg! Nichts wie weg! Nichts wie weg! Nichts wie weg! Scheiße! Ihr wünscht ja! 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 Scheibenkleister! Worte! Worte! Ja, das lief gerade erst nicht so gut! Ich will doch so sehen! Ich wollte auch gleich besser laufen! So, wir werden jetzt hier stehen, wir kommen auch nach oben. So, ihr beiden hier stehen. Oh, scheiße. Ach, das ist der schwarze, okay. Jetzt habe ich es verstanden. So, da drüben... ...die Mist wieder haben wir. Ich vermisse Skelette. Habt ihr also nur einen Wachtturm, macht ihr immer kalt. So, ich bin auch kaputt. Ich bin auch mit euch da. Eure Eminenz. Hier ebenfalls nach oben. Das war was in allem anscheinend, oder doch nicht. Gemieter, gemieter. Dann bitte einmal hier raufschließen. So. Ihr wünscht Flüch-Allianz. Genießt euch eine Flügelbeheist von Meutra. Für die Schmissjahr. Genießt euch ein Flügelbeheist von Meutra. Genießt euch ein Flügelbeheist. Was soll das? Was soll das von Meutra? Hier ist es zu hoch, mit der Flügelbeheist. Was soll der Holzung hast? Verliebst? Verliebstverdammter! Zock zock! So, jetzt mit dem Emo. Neue Wirtschaft ausheben. So, wieder mal zusammenziehen. So. So, wieder mal zusammenziehen. 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 Sacken sich vor sich im Daumen. So, fest durch das Halkersee. Schauen wir mal mit den Appianzern. So, dann den Turm da oben. So, schnappt euch die Drachen. Und dann haben wir es auch schon. Das ist auch noch mal wieder relativ simpel. Nichts. Und statt dieses elendig Langing. Ah, jetzt sind wir mal komplett hoch. Ach, das wollen wir ja eigentlich einen Schalter darüber gespielt haben. Ja, deutlich mehr ein Wechsel. Das auf dem Schnelligkeitsgrad 2. 結果 ging mir ... Wer es mal nicht mal richtig zu sein. sind. Im Vergleich zum anderen ist das im Flussbild. So, das müssen die letzten beiden Gebäude sein. So, jetzt Sieg. Jawoll. Ich möchte mal wieder da drauf. Sieg als Ritter. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Mal.